in der ich schon so viel geschafft habe du hast du hast sogar wer wird wie hieß der geld noch mal kevin nein bei mir ist er nicht kevin oder ich weiß nicht wie er da bei mir heißt es war noch was mit kevin sicher wir können nachschauen wie der heißt doch kevin ist gestorben dem musste ich ja von der goblin-armee beschützen habe ich nicht geschafft naja aber ich weiß jetzt ich glaube werde ich nehme jetzt mal meine dämonen sende weg und werde jetzt mit schneebellen angreifen machen die schaden oder was die machen vier fernkopf schaden 4 da ist ja sogar pilz möchte jetzt mal ohne witz was macht der pilz der ist einfach nur unnötig da und benimmt sich wie ein opfer wie kann man den beschwören vor allem der existiert ja war nicht mal hallo habe ich die budo puppe an ich weiß ich kann mich verkosten ja bitte ich sterbe gleich wo ist diese andere hohen sondern in deinem zuhause in deinem zuhause ja ich weiß hast du irgendwelche tränke bei dir ja heiltränke ich gebe dir so einen schwachen opfer sich in die laba und lebt noch boah als seine schrott auskoller aus dort will nicht er will suizid begehen der lebt aber noch und starb ich blöd an na gut dann so also auf jeden fall merke ich mir dass wir da unten eine schattentruhe gefunden haben bei der wei brauchst du noch mana kristalle ja aber die darfst du mir nicht geben das wäre illegal dann esse ich sie obwohl ich schon voll aber egal ach ja information mana kristalle kann man sich aus fünf stern stoppen herstellen nicht mehr aus denen habe ich ja habe ich also kann ich euch gleich zeigen sagt haben wir 80 mann wurde mana erhöht oder ist immer noch 3 200 im moment ja ich habe ja ob es die antrag und war nicht nach baden das heißt ich kann darunter gehen tschüss auf was wurde ich auch das ja moment als wollte ich baue das ja na gut guck ich halt nachher selber nach und weil ich war nicht wie es weiß ich wie sich tot fühlt warum seit wann badetot in lava bin ich dumm oder so das kann auch die andere nicht wurde der verfolgt sowieso mich gut der folgt aber ich hole den großen jackpot für dich okay da hat es wirklich viel i hope so du hobst hier nichts ich höre nur noch ein geburtel auf meinem linken ich bin fertig das ist eine wie heißt sie die heißt der auch nicht schon wieder der blut ach ja kurze information nicht dass ich es vergessen hätte so ich weiß dass vor kurzem hier mal ein meteorit gelandet ist den besichtigen wir und nach dieser höllentour falls noch zeit dafür ist nein du nicht den mache ich alleine da brauche ich ja keine hilfe obwohl meteoriter bauen ist auch bis in knifflig das mache ich aber auch nicht ja da musst du nicht mit man das schafft ja alleine aber ich werde es so schwach das machen 15 nachkampf schaden ich würde es dir abkaufen aber ich kauf nicht doch das ist ja kaufen ich kann ich dieses geld unnötig geben so ein kuppermünze ja das geld ist doch von den gegnern so bekommt kriege ich alles alles was ich legal auch hätte selber hier finden können es gibt ja außer dem dummen pilz den möchte ich nicht hatte tot meine ich ein lebensgestalt bau dir mal ab und gebe mir nachher ich mache mich selber aber das war ich ich mache es vor der der gitarre noch zu schwach die gitarre kann ja weiß ich neuerdings alles mit einer spitzhacke abbauen diese ganzen wände brauche ich nicht mehr meine gitarre hat so einen nachteil also marco freudig war wenn du demnächst mal wieder in die hölle bilder siehst du so abgerissene wände ja ich sehe es schon ach das ist ein hammer ja stimmt das schreckend recht ja ja damit zerstöre ich noch dein haus das muss ich halt machen bevor mein trank weg geht also ich habe noch 30 sekunden also hilft mir mal kurz schaffst du locker ich sterbe du bist ein schlechter vor die gehabt ergegnet das hier mache ich mich in der sich überhaupt ich kann nicht mal das gleichzeitig tun wenn du siehst dass ich sterbe solltest du mir helfen statt abzubauen okay ja ich komme wieder wir brauchst du wieder solch menschen benutzen nein nein ich komme wieder runter am ding holt man mein geld aus der aus der lava groß nein zu spät mein obsidian hat gerade nachgelassen ähm ach ja noch eine dumme alter server bug ich bin grad irgendwie ähm aus der gründe die lava gefallen noch eine dumme erneuerung zombies können türen aufmachen und das ist und das jetzt sofort ja okay dann geht es nicht mehr in die lava ich komme jetzt mit ich komme wieder eine sorge gemauert kurs unterwegs dank blut und sieht wasser jetzt aus wie blut also es ist keine laber hier alles das ist alles nur wasser aber wir haben ja blut und weder sturz tragen ja schön für dich dann hätte ich jetzt auch gebraucht ich will aber diese fehler fehler leicht posten ich bin ja hier selber ich merke das schon also ich will empfehlen in einem turm da nicht mal runter zu gehen weil da ist jetzt aber welchen kann ich jetzt hier schlecht zeigen guckst uns einfach auf der map da ist ja eine map ja die habe ich ausgemacht stimmt es gibt eine mini map aber die mache ich aus weil ich hier einen kleinen bildschirm aufnehmen muss und die mir über riesig wäre da liegt silber 3000 schritte ist entfernt man schauen wann ich dich erreiche da liegt überall geld ich fliege einfach zurück nein bleibt da ich komme ich habe die dinger stiefel da ist die schattentruhe okay das kann ich mir merken die ist sogar relativ einfach zu sehen ja du scheiß im kannst mich mal im habe ich immer in heroes 3 gezockt die sind voll geil ja du scheiß dämon du kannst mich auch mal ja hört doch auf mich zu verfolgen ich bringe armada von gegnern mit dann habe ich sie alles schön weg kommen wenn ich hier mal neben draus kommen würde ich habe ein pilz gemacht ich wollte kein pilz hast wegen mir bekommen warum kommst du eigentlich näher eigentlich gar nicht so ausgesehen von 3000 sind es aber ich habe kann wieder meine brückenbauküste waren ich habe auch schon blöcke net für sie ich habe alles schon blöcke und sechs stück ektoplasma was ist ektoplasma wo ist wenn ich das wissen würde ach so warte sind es diese feuerblüten nein das ist irgendwas blaues ektoplasma was das auch immer sein sollte ich weiß ich weiß natürlich was es im real life ist aber was das ziel sein soll weiß ich nicht und warum es in der hölle findet weiß ich erst recht nicht der hölle habe ich doch nicht gewohnt ist hatte ich schon die ganze zeit bei mir wasser dann weiß ich erst recht nicht was es ist halt nein gut ich komme direkt überall man hier rum ich habe wahrscheinlich jetzt mehr geld gefunden auf meinem weg zu dir als ich davor durch gegner bekommen habe schon wieder paar kupfermünzler okay es war nur fünf so bin gleich wieder da die gegner habe ich abgehängt nur der wurm verfolgt mich der stirbt jetzt aber da kommt ein anderer nein nur der kopf war das aber jetzt ist schon tot so wirst du ja bist nicht doch mal da kann mich doch gar nicht rüberziehen also dummes kind ich bin kein dummes kind nein ich meine ich den hier sind wir doch nicht geschrieben ich noch nicht gestorben du bist zurückgegangen ich habe wir sachen in die luft ja ja stimmt hier waren wir nämlich schon erwarten wir schon und da und da direkt rechts da weiter bist du bist du dann gestorben und zwar hier ich habe noch genug steine wir vermischen beides da ich da das war die stelle dort ist aber ja hier bin ich jetzt draufgegangen der herr super so wie machen wir das jetzt am blödsten ich brauche einfach mit steinen weiter ich hätte dich immer ich bin der bodyguard in wirklichkeit der einleitern der einleitern der einleitern der einleitern der einleitern der einleitern das war natürlich auch bis dann weiter ab und da kommt irgendwie der manche die angriffe aber noch fünf steinblöcke ich habe nur noch neun kassenblöcke jetzt schon hier hast du was zum abwohnen Gott, mach mir Licht Mach ich doch Ah, Moment, ich habe keine Ahnung, die sitzt hier Ich bin so ein Depp Ich beschütze dich Wovor, ich baue da nichts ab Du hast mehr Leben als ich, du kannst da locker wieder rauskommen Nein, ich habe sehr viel verloren Ja, du kannst aber von oben abbauen Du bist so ein Bedeutend, ich töte dich Ich wusste so sehr, dass schon ruhig angreift Es geht mir aber weiter Oh, 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 töten Ich brauche endlich gescheite Rüstung Goldrüstung hat Raus Oh, oh Hat mir damals zwar geholfen, aber Mittlerweile ist sie nicht mehr nützlich Alter, was soll der müssen Nein, nicht die Voodoo-Puppe Gut Da war keine Doch, da war eine, ich habe eine Kann man hier keine Truhen oder sowas finden Irgendwas Goldtruhen mäßiges Ja toll, Joro, hast du irgendwas zum Bauen? Ich habe nichts Nee, aber nicht viel Habe ich so irgendwas? Warte Ah, ich habe 25 Ascheblöcke, habe ich Gut, dann bitte bau die Ascheblöcke sind mir gerade rausgegangen So, jetzt habe ich nichts mehr So, ein bisschen noch Hier kannst du es wahrscheinlich schaffen, oder? Nein, das schaffe ich nicht Nicht mal mit einem Doppelsprung und nachher mit dem Interhaken drauf Ich komme drauf an, wo der Interhaken mich hin tut Okay, das ist auch noch so eine Sache So Moment, wir machen das Professioneller Superprofessionell Professionell Professionelle Errierung Nein Ich habe es meine letzte Bombe für unnötig verschwendet Obwohl ich eigentlich die Gitarre nutzen wollte Fuck Ich dachte, du hast die Aber hast du den Traum, du Sprayschuh? Ja, dann habe ich doch Du machst aber nur Doppelsprung Das ist dein Pups Das ist ein Pupschuh, Moment Äh, ich habe Steinblöcke Gut Fuck Scheiße, ich töte ihn, ich töte ihn So Nee, komm raus Ey, komm, ja, warte Da, tot Er ist tot Jetzt werde ich ganz weiterbauen Ich muss, ey, ich muss fressen So Ich habe nichts Ich kann Holz verschwenden, wenn du willst Ja, das ist ja dein Holz Oh, gut, 235 Höllensteinbarn schon Gut, das ist gut Ich habe 100 schon Ach, du hast auch noch 100, gut Fuck Oh, das ist nicht mehr lustig Warum brennt das Holz nicht, muss die Minecraft-Dogik Scheiße, ich habe noch 50 Leben Jetzt muss man bei meiner Seite bleiben Da kommt noch mehr Bring es um Warte, ich möchte wieder mein Holz bereithalten Pilz, alter, du bist ein Horensohn Lassen ihn sterben Jetzt muss ich meinen Wo habe ich mal ein Holz hingelassen? Ich habe es verloren Was, hier ist es verloren? Ich habe doch nur eine fremden Füder, wo du Puppe Bin ich dumm? Nein, doch, hier ist die andere Äh, wo ist mein, hast du mein Holz zufälligerweise? Ich habe 70 Holz, aber es war meins Ich habe aber 60 verloren Ich habe drei Scheiße Natürlich bin ich Bin wieder ich schon Nein Ich habe den Namen ja abgebrochen Weil diesmal warst du nicht schuld Diesmal konnte gar keiner was dafür Weil ich konnte nicht fliehen Der war gut, Wurm Der war gut Der hat er mich umgezogen Ich meine jetzt Schneebellen in die Lava Du kannst übrigens Auf kleinen Moment Du könntest sowieso jetzt rauskommen Dämonen fackeln Oh, ich habe das schon so lange nicht mehr gezeugt Ich weiß gar nicht mehr, wo ich was einlagern muss Achso Die Fessel kann ich hier einlagern Ach ja, die Truhen wurden auch vergrößert Wie man hier sieht Ich kann jetzt mehr in eine Truhe packen Den war ich jetzt nicht mehr Fürs Erste Ach, und dann wollte ich wieder ohne Ende genervt Ähm, ja, du kannst aus der Hölle übrigens rauskommen Wieso? Schon so viel aufgenommen? Ja, bis jetzt bei 36 Minuten Okay, Moment, dann übergebe ich dir die Scheiße noch schnell Gib mir alles, was du damals gefunden hast, ja Umbrella-Slime-Banner kann platziert werden, okay Platze ich einfach mal hier Nice Drei Linsen, danke Einfach random, ich gebe dir noch eine Holzklappe Was, Höllenfeuerpfeil? Holzpfeil Und weil ich der Zweite bin, schenke ich dir zwei Schneebellen Nutze, sie weiße Wo? Ich habe sie nicht, doch da Okay Und das war's, glaube ich, oder? Du warst eine Verschwendung Nein, warte Joro auf mein Dach hoch Wieso? Wir kloppen jetzt nicht Doch Ich will mal sehen, wie stark ich im Gegensatz zu dir bin Mit was willst du denn kloppen mit dem Aukur von Cthulhu? Nein Ich möchte gegen dich kloppen Du hast verloren Ja, ich will nur mal gucken, wie gut ich bin Achtung Warte, ich gehe auf die andere Seite des Daches Okay Achtung Warte, ich bin noch nicht bereit Warte, ich bin noch nicht bereit Warte, ich fette Ja Fertig Los Ich hatte doch Ich konnte dich nicht schlagen Richtig auch nicht Also ich habe an, du Ich habe doch auch an Warte Ja Ach, wir sind im selben Team, deshalb Moment Ja Ja Das wäre vielleicht auch schlau Mal kein Grupp Kein Team mehr zu sein So, jetzt habe ich einen Vorteil Aua Aaaaaaah Scheiß Ich habe dich nicht mal getroffen Wartet, nicht ausmachen Ich will dich einmal angreifen Okay, hör auf mit dieser Waffe zu kämpfen Die ist illegal Okay, da werde ich mit meiner HB-Sense kloppen Äh, fuck Warum siehst du so schwul aus? Ich bin nicht nur unsichtbar Warte, töte mich noch nicht Ich muss mich anmaskerieren Okay Warte, warte, warte Ich bin noch nicht bereit Okay, komm her Aaaaaah Elf Schaden Aaaaaah Warte, warte Ich muss mich verfolgen Na ja, angreifen Moment Sind die stark? Nein, die sind auch schwach Dennis Danke Aaaaaah Die Muskete ist EINZE Nein, dann flieh, flieh die Hölle Scheiße Egal, ich habe dir wenigstens 30 Leben abgezockt Scheiße, ist das schwach Okay, also da sieht man mal Ich bin noch lange, lange nicht ein OP-Charakter Das ist die Schneebelle Das ist Todes Oh, schade Eugene 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 Krabs Dennis Okay, ähm Dann war es das hier mal Mit diesem Together Endlich hat schon mal Zeit gefunden Und bewirft mein Haus mit Schneebellen Im nächsten Part werden wir dann den Meteoriten wahrscheinlich Erkunden und die Welt mal ein bisschen erkunden Wie die neue Welt jetzt so ein bisschen aussieht Und Falls ihr mich unterstützen wollt Könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben Einen freundlichen Kommentar Ein favorisieren des Videos Ein verbreitendes Videos Ein abonnieren unserer meiner Channel Und ein verbreiten unserer meiner Channel Begutelassen Sein Channel findet ihr in der Videobeschreibung Wir sehen uns zum nächsten Part Adios Amigos